Hallo liebe Leute, ich bin der App-Tester und zeige euch heute eine App namens Pop, Freeze oder Freeze. Ich weiß nicht, dass ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Und dann fangen wir auch mal an, den Spiel, das ist ein echt schönes Spiel. Dann kommen wir auch mal zu den Settings oder vielleicht auf den Optionen. Dann können wir den Sound an und aus und about, wie es das Spiel gemacht hat. Mehr geht da auch nicht, da können wir noch unsere Medaillen angucken, aber in dem Fall habe ich da eigentlich noch nichts geholt. Wenn ihr schon gleich ein Spiel seht, denkt ihr vielleicht ist es eine Lite-Version, aber es ist keine. Es ist eine Vollversion, aber es gibt auch eine Pro-Version. Hier wird ja auch angebunden, andere Spiele zu kaufen, wie hier zum Beispiel. Dann kommen wir einfach mal zum wahren App. Link habe ich in der Beschreibung, wie gesagt, ist schön kostenlos und ich finde das Spiel sehr klasse. Ihr müsst halt immer verbinden. Ihr seht ihr halt jetzt hier den grünen Klavier, den Klavier, diesen gelben zum gelben, diesen pinken zum pinken, orange zum orange. Und das macht ihr halt die ganze Zeit. So funktioniert die App, ganz simpel und leicht. Also es wird immer schwerer und immer hektiker und durcheinander, weil hier halt eure Zeit abläuft, glaube ich. So, das macht ihr halt die ganze Zeit. Finde ich sehr schön gemacht. Ich finde die Person, die App richtig geil, weil ich schon lange nicht mehr sowas hatte, weil ich eigentlich noch nie sowas gesehen habe. Und ich schon in der dritten Stage wird es sogar schon ein bisschen schwerer, weil ihr halt manche Sachen später könnt ihr manche Sachen nicht mehr umschieben. Das finde ich schon halt zu schwerer und später. Time Up, seht ihr, habe ich jetzt auch nicht geschafft, um lauter reden. Dann gehen wir einfach mal auf Try Again. Aber du hast, glaube ich, immer eine Minute Zeit. Ja, ihr habt eine Minute immer Zeit. Dann müsst ihr halt so weit kommen, wir können in einer Minute, wie viel Stage es ihr schafft. Aber auf jeden Fall mal, das Spiel laden, ist kostenlos. Aber ich glaube, nicht für lange. Weil, wie gesagt, es gibt auch eine Pro-Wesung, wer das Spiel so schön findet. Aber so berauschend finde ich das Spiel auch wieder nicht. Aber zwischendurch, finde ich, macht das Spiel eigentlich recht Spaß. So, jetzt verbinden wir das hier. Den, den, so. Hier, wo wir es so machen. Ihr seht schon, es gibt wieder meine Zeit und ich habe es wieder nicht geschafft. Das wollte ich eigentlich auch alles nur zu dieser App zeigen. Mehr kann man auch zu diesem Spiel einfach nicht sagen. Mehr gibt es hier auch nicht zu zeigen. Das war eigentlich die ganze, komplette App. Hier könnt ihr noch mehr Games ansehen. Den Mode. Können wir noch in den Arcade gehen. Das ist jetzt eigentlich der Unterschied. Achso, zwischen den anderen Apps, wo ihr kaufen könnt. Ich hoffe, die App hat euch gefallen. Die ist kostenlos. Schaut auf jeden Fall mal rein. Wie immer. Link mache ich ja immer in die Beschreibung. Wenn ihr euch fragt, warum ich eigentlich in letzter Zeit viele kostenlose Apps vorstelle, weil mich viele User, Anfragen, YouTuber, die so eine kleine kostenlose machen. Weil ich habe hier früher, wo ich früher angefangen habe, sehr viel teuer gemacht. Deswegen im Moment gibt es auch einfach sehr schöne kostenlose. Da will ich sie einfach mal zeigen. Und wie immer. Abonniert mich. Kommentiert mich. Bewertet mich. Und wenn ihr App-Wünsche habt, schreibt mir meine Kommentare oder eine PN. Ciao.